Der hat jetzt gesagt, ne, aber warum ist er uns hier? Weil er hat ein Baum hier, der eigentlich nicht gesagt hat. Komplexweise haben wir irgendwie eh damals. Hä? Was ist das? Der war nicht schlecht. Das wird auch nicht bei uns kommen, oder? Ja. Das ist richtig ungerecht gehandelt. Wir haben es ja auch wirklich. Ja. Ich finde es sich ungerecht gehandelt. So. 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 So.